Hallo Fan, wir haben schlechte Nachrichten für das nächste Spiel unseres geliebten Borussia Mönchengladbach. Bevor wir die Nachricht verkünden, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Es wurden keine Details zur Diagnose von Janszke bekannt gegeben, aber es ist sicher, dass er für das Spiel gegen Mainz nicht zur Verfügung stehen wird. Der Spieler gilt als wichtiger Bestandteil der Verteidigung von Borussia mit seiner Erfahrung und Fähigkeiten auf dem Platz. Sein Fehlen könnte während des Spiels von der Mannschaft gespürt werden. Die Fans von Borussia Mönchengladbach bedauern den Verlust von Janszke, aber sie hoffen, dass die Mannschaft diese Herausforderung überwinden und weiter in der Meisterschaft voranschreiten kann. Wir müssen nun abwarten, wie die Mannschaft ohne einen ihrer wichtigsten Spieler auf dem Feld zurechtkommt. Bitter, Borussia wird den Fußballgott für Wochen vermissen. Der ursprüngliche Spieler von Borussia, Toni Janszke, wurde mit einer Meniskusverletzung diagnostiziert und Trainer Ford kündigte an, dass er operiert werden muss. Die Erholungszeit ist noch nicht klar und wird erst nach der Operation festgelegt. Was denkst du, Fenn, über diese schlechte Nachricht? Hinterlasse einen Kommentar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017